Zepter gegen Grinch zu dem Hüll. Gehen wir mal rein. Zepter immer erfrischend irgendwie gewesen. Warum hat der da ein Attitude-Movement-T-Shirt an? Ist doch hier Punch-Arroganz, Casious und so gewesen, ne? Oder sind die? Das weiß ich, hatte ich gesagt, gar nicht. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Ich glaube, die bezeichnen sich da immer noch so, oder? Und sind so Crew-mäßig so ein bisschen. Sind die noch, ne? Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube, Zepter war auf jeden Fall in seinen jungen Jahren so ein JBB-Fan oder so. Und ist da so ein bisschen so mit reingewachsen. Das sieht man so ein bisschen an diesen BBM-Sachen und Attitüde. Oder ja, meins ironisch. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich gar nicht so genau. So eng war ich mit Zepter nie. Wir haben hier und da mal ein bisschen gequatscht, aber... Oder geschrieben, aber nie näher, ne? Okay, ungewöhnlicher Beat für den Zepter. So ein klassischer JBB-Final-Was-weiß-ich-Beat. So 2014er-Vibe. Aber kennen wir den nicht sogar? Also zumindest diesen Chor kennen wir. Also das Sample kennen wir. Ich finde es so interessant zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Weil man 2014 sieht, ich meine, es gab Leute, die so mit gesanglichem Zeug und so ein bisschen Abwechslung da reingegangen sind. Aber 2018 hat es dann erst richtig angefangen. Da ist so ein bisschen so diese New Wave, ne? So ins JBB geschwommen. Und das ist erfrischend. Nicht unbedingt immer mein Fall. Aber ja, erfrischend. Das ist, glaube ich, wirklich der erste Battle-Sieg für den Green, oder? Aber da gab es ja auch nicht so viele, oder? Ich meine, er hatte das Battle gegen... Obwohl, Battle gegen Spongy gab es. Was war nochmal das andere Battle? Es gab da noch eins. Ach, Winnen, genau. Genau, Winnen. Ja, ja, ja. Ja, man muss sagen, Green war nie so... Bei ihm finde ich krass, Digga. Green war immer musikalisch. Der war auch immer schon sympathisch. Gut aussehend. Hatte einen eigenen Stil, eigenen Style, so. Ne? Der war an sich schon ein geiler Charakter. Aber war halt nie ein guter Battle-Rapper. Aber der hat sich schon krass verändert, ne? Also der hat da schon krass Fortschritte gemacht. Vor allem textlich. Weil da war früher, hat man halt gemerkt, der Fokus liegt auf dem Sound einfach. Und da mussten Punchlines einfach drunter leiden. Aber er hat es ganz gut geschafft, das so miteinander zu verbinden. Weil er ist immer noch sehr eigen und sehr, ja, greenig unterwegs. Aber es schafft es halt ohne eine Menge Fantasiewörter oder irgendwie komplett merkwürdigen Lines, ja, das mit guten Punchlines zu verbinden, ne? Oh, okay, jetzt komm ich wieder, Alter. Ja, bitte sei nett. Zepter, komm schon. Er hat mich ein bisschen beschützt, habt ihr das gemerkt? Er hat quasi unterschwellig gesagt, du bringst nur eine Gio-Line, weil, ähm, Julian gefällt das. Ja? Okay. Dankeschön. Ich glaub, das war lieb gemeint. Er wollte mich quasi, ne? Er wollte mich beschützen, weil er mich lieb hat. Das war das Ziel, da bin ich mir ganz sicher. Zepter. Gio an der Leine hältst. Zepter, der den Grinchill zu Grabe trägt. Das war nicht Davids Kopf, sondern Wilson aus Glastoway. Aber guck mal, was interessant daran ist, ist, dass er es so empfunden hat. Du bringst eine Gio-Line, weil sie Julian gefällt. Und natürlich, wenn du dir die Reactions oder die Analysen anguckst, ja, macht das schon so ein bisschen den Eindruck, ne? Ich weiß nicht, ob Julian so, keine Ahnung, Digga, ob der irgendwie abgefuckt war, weil ich halt nicht mehr dabei war und er das Gefühl hatte, so, er hat, ich hab ihn groß gemacht und jetzt kehrt er mir den Rücken und macht sein eigenes Ding. Er muss für immer meine kleine Nutte auf meinem Kanal bleiben und ich muss ewig, äh, er muss ewig unter meinen Fittichen stehen und für mich schuften, so nach dem Motto. Ich weiß es nicht, aber so ein bisschen, äh, 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 vor allem im Nachhinein betrachtet, äh, kommt's so rüber, weil wie gesagt, Digga, ne? Ich hab die JMC nicht geguckt, JBB 2018, oberflächlich, aber, äh, mir ist wirklich erst im Nachhinein aufgefallen, wie oft ich da noch Thema war, Digga. Hey, verkürze deine Lebenszeit, was wirst du für ein Gegner sein? Um dich zu schlagen, muss man nur volljährig sein. Verrecken, scheiße, du bist ne hässliche Leiche. Ja, kann man bringen, kann man bringen. Er ist der erste, ne, den ersten Gegner, den besiegt hat, Walt ein Kind. Muss man nur volljährig sein. Verrecken, scheiße, du bist ne hässliche Leiche, bei der die Fresse zu bleich ist. Ah, fuck, warte mal, hab ich dir gute Line verpasst? Cross-the-Way-Line? Warte mal. Weil Julian die Line gefällt, aber dabei frag ich mich, warum du den Gio an der Leine hältst. Wo ist Zepter, der den Grinch-Hild zu Grabe trägt? Das war nicht Davids Kopf, sondern Wilson aus Glastoway. Verkürze deine Lebenszeit, was wirst du für ein Gegner sein? Um dich zu schlagen, muss man nur volljährig sein. Verrecken, scheiße, du bist... Wegen diesem, äh, angemalten Ball da in dem Film, ne? Um Gegner sein, um dich zu schlagen, muss man nur volljährig sein. Verrecken, scheiße, du bist ne hässliche Leiche, bei der die Fresse zu bleich ist. Auf deinem Videoteam wird letzten Endes nix reißen. Ich parodier lieber einen Rapper als Marcel Hesse zu beiten. Du besiegst mich nicht mit deinem Rap-Kunit. Der Fabanjana hat ja nicht mehr zu fett. Was heißt er mit Marcel Hesse? Achso! What the fuck? Ich hab grad... Ich hab kurz diesen Namen nicht zuordnen können. Alter, Zepter, der ist aber hier, ne? Ja, what the hell. Ja, aber man merkt auf jeden Fall, Zepter hat so ein bisschen... Er hat, glaub ich, schon so ein bisschen, ähm, so, so... Sein Style so ein bisschen in die Richtung, ähm, angepasst, die Julian auf jeden Fall mehr mag. Ne? Aber vorher war er nicht so ernst unterwegs. Das hatte dadurch natürlich auch einen gewissen Charme. Das hier hat ne klassischere, klassischere Video-Battle oder JBB-Battle, muss man vor allem sagen. Ähm, klassischere Video-Battle-Vibe. Ich weiß gar nicht, ob ich das besser finde. Also so rein aus Battlesicht bestimmt, ähm, aus so Charme und, äh, stilistischen Gründen mochte ich das eigentlich sehr gerne, dass er so verspielt rangegangen ist. Er lässt es zwar noch so ein bisschen durchblicken, ne? Aber halt nicht mehr so krass. Du besiegst mich nicht mit deinem Rap-Kunit. Der Fabanjana hat ja nicht mehr zu fett zum Fliegen. Voll aus in der Rad, mein Dauer-Baby. Was ist mit der Kapuze wie ein David-Fan? Du besiegst mich nicht mit deinem Rap-Kunit. Der Fabanjana hat ja gar nicht mehr zu fett zum Fliegen. Der Vegetarier wird weggefingst. Darauf erstmal ein fettes Steak. So her wie ich dich mit meinem Skill in Silent Hill, wenn ich dir die Zunge rausschneide, bist du Silent Hill, der Grüne und der Grinch. Ja, okay, naheliegende Line. Naheliegende Line. Silent Hill. Meinem Skill in Silent Hill, wenn ich dir die Zunge rausschneide, bist du Silent Hill. Der Grüne und der Grinch, die sind eigentlich das Gleiche. Da gibt es keinen Unterschied, denn beide finde ich scheiße. Das Leben eines Typis wird ein paar Bleistift beendet, dessen Heuschler seine Schminke von dein Kleintieren getestet. Fickig geschminkte Fotzen beschweren sich die Fägel, denn es endet mit verschmierter Mascara und Tränen in der Fresse. Du Kinderschreck musst dich hinter Schminke verstecken. Du bist unsichert, willst damit nur deine Pickel verdenken. Jetzt ab der Trottlanz, Maik und Job, seine Lines und bei seiner Runde deckt man recht an Schmink-Tutorial-Lines. Die Leute fragen sich, wie... Ja, ich finde ein paar Lines kommen nicht so gut an. Er bringt diese, so ein bisschen diese Kritik, Vegetarier, aber benutzt Schminke, kann man machen. Ist halt nicht so, ja, er floats halt ziemlich nice. Aber er floats nicht unbedingt so, dass es gut, dass die, dass die, ja, er delivert die Punch-Lines. Manche gut, manche gehen ein bisschen unter, ne. Das Problem ist halt immer, wenn du, wenn du so jemand bist, der soundtechnisch irgendwie auch überzeugen will. Ich glaube, Zepter will das auf jeden Fall und kann das ja auch. Der ist ja auch hook-technisch, äh, ja, auf jeden Fall gut drauf so. Der float ja auch nice, ne. Und da muss man halt immer so ein bisschen abwägen, ne. Legt man so die Punch-Lines oder die Punch-Line in den Fokus oder den Sound? Und manchmal habe ich das Gefühl, ja, da geht es zu sehr dann in den Sound, ne. So, ich meine zum Beispiel so Vegetarier, ich, äh, darauf erst mal ein Rinder-Steak. Ja, gut, stumpf ist Trumpf. Ja, aber wir hören mal weiter. Ja, geht für mich ein bisschen, weiß, trifft für mich irgendwie nicht so. Ja, so, ja, du, du achtest auf Tiere, du achtest aufs Klima und ich bin ganz, ganz böse. Und ich schreibe auf ganz vielen Blättern, weil ich so ein Umweltverpester bin und darauf keinen Wert lege. Ja, kann man so funny-mäßig springen, aber trifft jetzt nicht so. Jedeleine auf ein neues Blatt Papier. Deine Umwelt bezahlt teuer, du Arm, leuchter Ungars, gründeten Abschluss, gieße ich etwas Söhlen, das Meer. Du besiegst mich nicht mit deinem Racken. Das fand ich witzig. Bäume und schreibe jede Leine auf ein neues Blatt Papier. Deine Umwelt bezahlt teuer, du Arm, leuchter Ungars, gründeten Abschluss, gieße ich etwas Söhlen, das Meer. Du besiegst mich nicht mit deinem Racken. Das mag ich aber, wie er es betont hat. Ey, die Runde ist aber nicht scheiße oder so. Auf keinen Fall. Die hat schon einen coolen Vibe, Digga. Der rappt das auch sehr safe, die ist musikalisch. Da sind Punchlines drin. Ich finde die Angriffsflächen manchmal ein bisschen... Ich bin aber ehrlich, ich wüsste auch gar nicht richtig, wie ich an den Grinch rangehen würde. Also einen Green, Grinch Hill, wie auch immer. Ich meine, klar, du kannst so ein bisschen auf diese... Ne, auf diese Maskenschiene, auf dieses zweite Image, auf die Battle-Vergangenheit. Aber Green ist, glaube ich, echt gar nicht so ein leichter Battle-Gegner. Ohne, dass es zu naheliegend wirkt, so. Ich bin zu fett zum Fliegen, Rob. Ich bin zu fett zum Fliegen, Rob. Du besiegst mich nicht mit deinem Racken. Ich bin zu fett zum Fliegen, Rob. Der Vegetarier wird weggefichst. Darauf erst mal ein fettes Steak. Respektlos! Was war denn da nochmal? Wieso drei Monate zu knapp? Hat das zu spät eingereicht? Ich glaube schon, ne? Irgendwas war. Irgendwas war mit Punkt am Zug, weil die Runde irgendwie zu spät kam. Mit einer Androhung von Disqualifikation, wenn es öfter passiert oder irgendwie so. Also, ich finde, dass Damon Dubel und Septa haben in Damons Performance richtig gut nach. Liegt vielleicht daran, dass sie einfach etwas rumzappeln. Das ist halt einfach, ja, das stimmt, das stimmt. Die sind ja auch von ihrem Typ eine ganz andere Generation von Battle-Rappern. Also, wenn du überlegst, so 2014 hat sich jeder noch extrem ernst genommen und ist extrem verkrampft rangegangen. Das habe ich teilweise gefeiert, aber teilweise wurde es auch unangenehm. Deswegen finde ich schon ganz nice, dass sich das ein bisschen geöffnet und ein bisschen lockerer wurde. Dadurch kommen natürlich auch hier und da immer mal so Elemente ins Spiel, mit denen ich so, weiß ich, die so geschmacklich nicht unbedingt meine Richtung treffen. Aber es ist oft nicht mehr zu unangenehm ernst. Finde ich ganz gut. 0 Videopunkte und David9 6... Achso, okay, das war's, genau. Battle gegen... Wenn Arthur Riewerk das Video zu spät eingereicht, deswegen David9 10 Punkte, Grinch 0. Okay, ja, das war's weiter. Ich finde gar nicht gedacht, dass das Rezept da so böse sein kann. 0 Videopunkte und David9 6... Achso, sie ist kein guter Fang, sie ist ein Walfang, okay. 0 Videopunkte und David9 6... Oder die, bei denen man das Gefühl hat, die hauen irgendwie am meisten rein, immer die gegen seine Schwester sind. Irgendwie ist das traurig, oder? Das Ernste im JBB fand ich früher echt cool und krass. Aber heutzutage finde ich das echt cringe, wie die meisten sich im JBB gegeben haben. Ja, wir haben's ja jetzt im Nachhinein, hatte ich das ja auch öfter. Auch bei meinen eigenen Runden. Es gab Runden, da fand ich das okay. Also in der Cashless-Runde fand ich's okay. Aber bei mir war's dann auch teilweise einfach over the top. Das ist halt echt ein schmaler Grad zwischen, wann ist es noch okay oder wann kann man's noch halbwegs ernst nehmen und wann driftet's irgendwie komplett in so eine ironische, unangenehme... Nee, nicht ironisch, aber in so eine unangenehme, cringige, weiß ich nicht, Richtung ab. Gut geht's. Okay. Finde ich eigentlich ganz nice. Jetzt driftet's irgendwie schon in die Richtung ab, die wir gerade meinten, dass es so sehr ernst wird. Aber ich finde, dass er da einen Punkt hat und dass man das auf jeden Fall so auslegen kann. Und das kommt böse, Digga. Die Schlachtung voll mit miesen Pasta, nimmst du sie mal in Schutz, weil du davon profitieren kannst. Richtiger Ehrenmann. Gib's den Fick auf deine Schwester, außer wenn du mal Gewinn mit dem Mädel machst. Du hast bei der Aktion noch knapp durch deine Fans gewonnen, doch für Klicks würdest du selber deine Schwester mit dem Herzen fronten. Die soll meine Bitte vertrauen. Leute verkaufen ihre Seele, doch du gehst deine Familie verkaufen. Ich töte im Battle, da musst du eines kapieren. Denn ich mach das nicht für meine, sondern deine Familie. Du besiegst mich nicht mit deinem Rap-Kunik. Du hast in deinem Alter, ich bin zu fett zum Fliegen. Voll aus in der Welt, mein Dauer, Baby. Verfluchst mit dein Kapuze wie ein Damon-Fan. Du besiegst mich nicht mit deinem Rap-Kunik. Erst dachte ich, okay, Schwester-Lines. Ich meine, die haben trotzdem gescheppert, aber von meinem Gefühl hatte ich einfach direkt so, ja, ist halt irgendwie schade, immer die Schwester-Ding, es knallt natürlich, aber schade, dass halt die anderen Lines nicht annähernd diesen Impact hatten. Und das am Ende, das war, was so hängen bleibt. Aber er hat es inhaltlich ganz gut gedreht und auf eine andere Ebene gebracht. Und ich fand, das hat er auch gut gemacht. Das hat er sehr gut gemacht. Das war mal wieder so ein bisschen dieses real-talkige JBB-Feeling, aber auf eine geile Art. Also viele haben ja versucht, so diese Richtung zu imitieren oder in diese Richtung zu gehen. Und viele sind gescheitert. Auch ich selbst bin an meinem eigenen Maßstab gescheitert. Aber er hat es gut gemacht. Doch, nice Runde. Ich finde vor allem, das Ende hat nochmal, ich finde, das ist immer so extrem wichtig. Ich meine, es ist eine lange Runde. Ich glaube, man hätte es krass kürzen können, weil es waren viele stumpfe Lines dabei, die einem vielleicht so ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Oder aber hier und da auch Lines, bei denen du dir denkst, ja gut. Man hätte safe kürzen können und daraus eine richtig starke Runde machen können. Ich finde es irgendwie weird, dass er erst Schwester-Lines macht und dann sowas wie, ich mache es für deine... Nö, ich fand, das war ganz gut, die Transition dahin. Er geht halt erst darauf. Ich hatte eher das Gefühl, so ein bisschen die Leute auf eine falsche Fährte zu locken, so um dann zu zeigen, worum es eigentlich geht. Das hat mich nicht gestört. Fand ich sehr nice. Also vor allem das... Und das ist auch immer das Wichtigste, dass die guten Lines... Also mit das Schlimmste, was du machen kannst, finde ich, ist eine scheiß Endline zu haben. Oder einen scheiß Endvierer, wie auch immer. Die Endline muss immer scheppern, weil selbst wenn der Anfang, ja geht so ist und das Ende scheppert, ist das, was noch am ehesten dann hängen bleibt. Und das bleibt, verbindest du dann mit dem Song, weil das das Letzte ist, was du gehört hast. Deswegen, es gibt oft Songs, die haben vielleicht im ersten Part coole Lines und dann ist der zweite Part so... Und dann, klar, du weißt noch, ey, der erste Part war nicht schlecht, aber du kannst es halt, so ein psychologisches Ding, du kannst es halt nicht rückgängig machen, was für ein Eindruck bleibt, wenn die letzten Lines irgendwie nicht scheppern. Und das war hier auf jeden Fall strategisch gut platziert so. , bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.